I am what I am and that's all that I am I am what I am, I'm a hooligan I am what I am and that's all that I am I am what I am and that's all that I am Gamechip Ich hab Exile, Alter, damit ich immer weiß, welche Seite ich nehmen muss Jo, ich hoffe, die heulen sich rum bei den Bildern, wenn die sagen, äh, ja, der eine hat keinen Clantag oder irgendwie sowas Ah doch, der hat einen Clantag Okay Beide haben keinen Clantag Ey, warum... Ja, irgendeiner hat Clantag-Bug, aber der andere hat, glaube ich, sogar... Weiß nicht, irgendwie sowas Wann spielen die mit diesem Team? Ich hab das noch nie gesehen Ja, weil, ähm, Amar, glaube ich, nicht online ist und Eclipse und Gemini nicht können Die testen Havoc aus Die testen Havoc aus Shadowrunner will, äh, will es nochmal probieren mit ihnen Ja, er hat... der darf ja, ne? Frag Christian Wolters ja nicht Die werden so viele Chase... Lass die einfach nicht reinkommen Die dürfen einfach nicht in die Base, dann schaffen die das auch nicht Wenn die es in die Base schaffen, wird es schwierig Ich bin für die Hilfe noch, weil wir jede 30 Sekunden oder 40 Sekunden Knife haben Wenn sie ins Chasebreaker kommen, sind wir am Arsch Sie sind jetzt am Arsch Hörbe, lass mal in den Chasebreakern hin, hab ich gehört Der Gegner hat ihr Artefakt... Der ist, glaube ich, reingeportet Der portet, der portet Hab eingenlifed, aber... walle mal Abzone auf Aro... an Aro... Was für walle mal? Chasebreaker-Port Hä, gehen die nicht, die Chasebreaker? Der geht einfach nicht zu, der Chasebreaker Ich wurde genifed, ich wurde genifed Ach fuck, jetzt hab ich unnötig eingenlifed Pick me Bitter, shit Sag bescheid... Ne, das ist echt witzig Ne, das ist echt witzig Junge, ohne witzig, Junge Ich aktivier mein Schild, wenn ich an den Land bin Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen Ey, ich hab ein Messer, ne? Sie sind jetzt ein Ziel Der ist auch unten, der ist auch unten Fuck, da oben ist es echt einer Also ich wechsel mal eben auf Smoke, mal gucken wie es ist Ich laufe auf den Zug Nein, ich bin weggesprungen Nein, ich bin weggesprungen Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen Glaub mir nicht meine Kill... Äh, ja, ich hab so oder so keine Chance mehr Was soll's Valle mal den nicht Junge, du rennst doch noch zurück Guck Das ist nicht so tragisch, wenn man Valle mal hat Aber zurückrennen ist was anderes Aber wenn man einen wegkillt Nein, ich will zurückrennen Es gibt eh keinen Erholungszeit verkürzen Und wir sind in die Richtung der Base gelaufen Ey, ich hab wahrscheinlich besser, ne? Beide! Einer durch die Mitte, den anderen hab ich gelockt Ich hab eigenes Smoke, eigenes Stunt Wurge Nein Okay, dann stunne ich den anderen Ich mach dich auf den anderen einfach Du rennst grad dem anderen in den Arm Schließ, öffne den Sch... Wo ist der? Da Ich hab gleich Nein Ich hab den Hilfe Er ist tot Einer drüben Was tut's Akku haben Er ist hier noch alles... Ah, okay Er ist hier noch alles... Ah, okay Tot Ist das einfach, gegen die? Ach, spielst du auch mit Snowcrow? Machst du Knife? Ne, ne, ich spiel mit Knife Wir haben jetzt den Chasbreaker hinter dir nicht Ja, mit dem ist der Chasbreaker hinter dir nicht Ja, mit dem ist der Chasbreaker hinter dir nicht Portst du rein? Oder was? Ne, einer portst du rein? Achso, okay Der andere kommt da auf Knife Ja Pläschte den Entschneiden Stunt Wir haben das Gegner geschafft Chase Breaker PORT Ich bin oben Jungs Vor dir, vor dir mal Heike Amst Ab 1 Verteidiger Ich potte links, ja von Heike habe ich es gesehen rechts Dingens ist noch hier Vor dir Geh hoch Skin Knife, motherfucker Den hole ich mir, Junge Ah, der hat gesmoked Jetzt haben wir vorbei gelaufen Ah, weiter über mir Ich komme zurück Ich habe ihn gelockt Ich habe ihn gekillt Einer konnte nicht in die Mitte, der sie konnte runter Oder Mitte oder durch Chase Breaker Ich habe keinen Knife Spotted Kann den Weg, ne kann ich nicht Guck den Naked Stand F*** den nicht Mal halt Okay, einer geht auf Reborns Ich versuche den zu bekommen, Schalgan Ich habe noch einen Knife Mal halt, hol die nicht Also Warte ich Vielleicht schon mal vorne, falls er potted Ich habe den Chase Breaker Ich habe den Chase Breaker Nein, den kriege ich nicht Du Scheiße Ich habe den Chase Breaker Port Gewohnet Ich habe den Chase Breaker Gewohnet gemacht, bloß wurde dann Slidekilled Guck ich Er ist drin Rebound habe ich gekillt Rebound Rebound Ja, ja Wir haben Gerebounded Havoc Havoc Das wäre ein perfekter Angriff geworden Eigentlich Ich habe keine Fähigkeiten mehr Ja, weiß man nicht Sie sind jetzt ein Ziel Ich habe Port Messer Ich spiele lieber mit Knife deported Wir nifen einfach beide Smoke bringt nichts leider Weil die Smoke erst nach 10 Sekunden aktiv wird Ja doch, er nifet mich und ich werfe dann passen mit dem Smoke Das ist der andere Boah, der Reak hat er ported Ich habe einen getaubt Ich habe nicht damit gerechnet, dass du jetzt den nimmst Ist genifed Wird ich die killen? Die nifen Ja, kill Ja Alter Du sagst, ich soll den killen und dann beschwerst Maras hat gesagt, du sollst den killen Die Missgeburt Seine so höfliche Klänge Ich hasse freche Kinder Ich habe noch Port Messer Sag doch nicht, dass du ihn killen sollst Geht hier um Einer ist hier Ja, der ist tot Ich will doch sowieso Ich habe einen Ja, der ist auch tot Ich fokussier den nochmal, ne? Ey, der eine ist mit der Merkt ihr den Spot? Der eine auf dem Dach, der andere in der Base Ja, eigentlich beteil ich schon seit Mauro links oder so Ja, links oder an der Base Der eine ist direkt in der Line, wenn du den anderen nifest, dann kann das sowas werden Der andere kommt nicht mit dem Anderen genifed Ja, ich will mit dem, ich will mit dem Okay, er ist von Seil gefallen Okay, du hältst dir den Ich habe den Defender gekillt Dennis, ähm, ich bin zurückgebackt Face breaky Gotti 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 Okay, ich hab ein Messer. Okay. Hab ich. 5 Sekunden Messer. Jetzt reingeportet. Jetzt reingeportet. Knife. Ich weiß nicht, ohne Knife krieg ich denn nicht. Ich hab auch keinen, ich hab in 5 Sekunden Knife. Ja, das ist gut. Ne, ich bedochte. Sie sind jetzt ein Ziel. Äh, ja nimm du ihn. Dann zurück, ne. Ich konnte ihn nicht gehen, ja. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Pfff. Dann ist das zurückgehalten. Sie haben das gegnerische Artefakt gestiegen. Ach, Chase ist mir kaputt. Oh. Gut, Knife geht's. In der Mitte. Was ist das Mitte? Na genau. Der Gegner hat fast gestiegen. Wird gesmoked. Wartet. Oh mein Gott, ich war zu kacke. Er ist über dir, Mahat. Ah, ich bin tot, ja. Nein, Junge, ich war im K-Move. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Das Gegner ist sehr in deren Basis. Halt doch die Fresse. Wird geniFed. Sie sind jetzt ein Ziel. Oh. An der Line wohl ich geniFed. Ich geh von links. Was? Neu für den Wer ist denn das hier? Ich hab einen gereicht Pickst du den? Ah ja Was? Der ist da direkt, der ist direkt vor dir ne? Der hat mir Naked Stun gegeben Entschuldigung Ich hab keine Ahnung, ob ich den krieg Das gegnerische Artefakt ist wieder in die Atefakt Mach es, geh einfach Ja Sie haben das gegnerische Artefakt gestohlen Der hat hinter dir direkt Ja, da sind einige Hab den Nice Ich hoffe, dass du nicht gepulsegst Nein, ich bin tot Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen Die waren zu viert bei uns, oder nicht zu viert, sondern zu zweit oder dritt bei uns auf der Seite Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen Der Gegner ist wieder in deren Basis Der Gegner ist wieder in deren Basis Egal, die nächste Runde wird besser Sie sind jetzt ein Ziel Jo Ich kann schon, lass mich vor Ah, da werde ich noch gehen Genau, das ist ja Big Game Das ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Bloodstone 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 Ich weiß nicht welche Seite, weil da ist so ne Chase Breaker Seite und ich weiß nicht welche Seite es ist Bloodstone Halt die Fresse Hehe Please send Matthew Kingston Who not not for order Bitte Chase Nein Bloodstone Bloodstone Ja, das ist einfach bereit Ja, super Alles scheiße, Mann